Paula, welcher Kontinent ist das? Das ist Amerika. Ja, das stimmt. Es klopft an der Tür. Herein. Hallo, ich bin Emma, die neue Mitschülerin. Du bist ja voll hässlich. Emma rennt weinen raus, die anderen folgen ihr. Im Einkaufszentrum sprechen sie sich aus und merken, dass sie viele gemeinsame Interessen haben. Wie zum Beispiel shoppen und Fußball spielen. Komm, wir gehen zum Eiskaffee beim Fußballplatz. Okay, gute Idee. Kommst du mit, Emma? Ja klar, los geht's. Mh, das Eis schmeckt prima. Ja, das Eis schmeckt prima. Habt ihr Lust auf Fußball? Ja, gute Idee. Sie spielten gegen die Jungs Benni, Tommy und Tim. Es endete 2 zu 0 für die Mädchen. Am Abend gehen sie zusammen in die Disco. Und von nun an sind wir Freunde fürs Leben. Und von thanen. Bis zum nächsten Mal.